Giftgasalarm in Salzburg. Diese Meldung hat uns heute in den frühen Morgenstunden erreicht. In der Zellstofffabrik in Hallein tritt Schwefeldioxid aus. Das ist ein Reizgas, das für Augen- und Atemwege schädlich ist. Laut Angaben des Unternehmens Austrocell ist dabei ein Mitarbeiter ums Leben gekommen. Mittlerweile sei der Gasaustritt unter Kontrolle. Auch die Menschen in der unmittelbaren Umgebung dürfen ihre Häuser und Wohnungen wieder verlassen. Noch ist nicht klar, wie es zu dem Unfall gekommen ist, auch wie viel Schwefeldioxid ausgetreten ist. lässt sich derzeit noch nichts sagen. Wir halten Sie darüber natürlich auf dem Laufenden.